Der Robinson Club Ampelwang liegt mitten im Herzen des Hausruckwalds und gerade für Familien ist die Lage optimal. Ruhig, aber dennoch mit einem großen Freizeitangebot. Das fängt an beim Reiten für Groß und Klein, Indoor und Outdoor oder unser Robi-Abenteuerland, wo vom Kletterturm über die Rutschen bis zur Kinderbetreuung ab zwei Jahren alles geboten ist. Und für die Eltern zum Beispiel Indoor-Cycling mit den neuesten Geräten oder Training im Fitnessstudio bis hin zu Wellness, wo man im Hallenbad, in der Sauna oder auch im Whirlpool perfekt entspannen kann. Beim Essen gibt es bei uns viel Abwechslung mit unseren Themen-Buffets und die Tischgetränke sind bei uns alle inklusive. Und am Abend gibt es jeden Tag Programm, zum Beispiel in der hauseigenen Disco oder beim Kindertheater. Und wie wer fragt, warum er zu uns kommen soll, das ist so, weil bei uns wirklich die ganze Familie Zeit für Gefühle hat. So, ich kann es mir mal wiederholen, dass es sich ein bisschen airos geht. So, dass ich nicht so, weil es so viel airos geht. So, wenn ich am hohen, bis zum Beispiel in der